19. März 2019 8 Uhr 30 NFL Profi Haloti Engata beendet seine Karriere Haloti Engata hat sich auf originelle Weise aus der Football Profiliga NFL verabschiedet. 19. Der 35-jährige, 2013 Super Bowl Champion mit den Baltimore Ravens, veröffentlichte bei Instagram ein Foto, das ihn auf dem Gipfel des Kilimandscharo zeigt. Engata hielt ein Transparent in seinen Händen, darauf stand, ich beende meine NFL-Karriere an der Spitze. Auch die Logos seiner drei Clubs waren darauf abgebildet. Engata hat in der US-Top-Liga für Baltimore, die Detroit Lions und die Philadelphia Eagles gespielt. In 13 Jahren gelangen dem Kalifornier über 500 Tackles, 30 Sacks und 4 Interceptions. Der Kilimandscharo ist mit 5.895 Meter der höchste Berg Afrikas. Untertitelung des ZDF, 2020